Herr, ich bitte dich, heile mich von eurem Schockerlebnis und von den seelischen Gründen, welche die Frustrationen und den erfüllten jüdischen Engel hinterlassen haben. Befreie mich von der innere Befindlichkeit und heile die Gründen in der Tiefe meines Unterbewusstseins, befreie mich von der innere Befindlichkeit und heile die Gründen in der Tiefe meines Unterbewusstseins,